Hallo ihrs! Wir sind gerade auf dem Petersplatz angekommen. Was denn gerade das Kreuz zusammen? Und wenn ich mich so umschaue, hier sind auch schon ganz schön viele aus dem Erzbistum. Wie ihr im Hintergrund vielleicht seht, hier sind ein paar Baumaßnahmen, aber davon lassen wir uns nicht abstregen. Wir freuen uns jetzt gleich in den Petersdom zu gehen. Ja, ich bin Patrick aus Quartone Zellow und die Zufall war ziemlich gut. Wir sind eben am Zug gekommen. Und wir haben uns einfach mega auf die Dusche gefreut und das Hotel ist auch ziemlich gut und jetzt freuen wir uns gleich auf die Messe. Die Waldfahrtskerze, die unser Erzbischof gleich segnen wird. Er, Sie, lieber Herr Kardinal, fehlen noch auf diesem Kreuz und so dürfen wir Sie jetzt einladen, am Ministrantenkreuz der Erzbistumshöse Köln Ihr Zeichen, Ihren Fingerabdruck zu hinterlassen. Und dann gibt es noch ein Zeichen, Herr Kardinal, mit dem Sie dann wirklich vollgültig mit uns Ministranten die Heilige Messe feiern können. Der Waldfahrtschal, mit dem wir auch sichtbar deutlich machen, dass Sie zu uns gehören. Soll ich mit dem Finger oder mit dem Daumen den Abdruck machen? Auch ein Okay. Und wir singen dazu das Waldfahrtslied 175, komm, folge mir nach. Musik In der Musik Erst朗' So, jetzt habt ihr gesehen, was wir heute Nachmittag so gemacht haben und wie die Teilnehmer es so fanden. Wir sind hier gerade noch mit dem Arbeitskreis ein bisschen am Kreuz am Rumpfeilen, weil das passt uns noch nicht so ganz. Und gleich im Abspann seht ihr noch, wie dieses Kreuz heute in den Petersdom getragen wurde. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Viel Spaß heute Abend noch, was auch immer ihr so treibt. Und bis dann! Willst du leben, erleben, muss doch nicht will ich sein. Komm, kannst Menschen bewegen, wird's breit und das Leben. Komm, freu dich mir nah, willst du mit mir gehen. Komm, freu dich mir nah, willst du mit mir gehen. Das soll sie nicht machen. Nein, 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 was macht ihr da? Jetzt weiß ich, ich hab's genau so gesehen. Hey! Ja! Habt ihr Mini X gesehen? Ich glaub, er trägt eine Federbohr. Komm.